Das Sky Sport Fantasy Briefing, unsere Show, um euch da draußen perfekt auf den Spieltag vorzubereiten. Auch diese Woche natürlich wieder mit unseren Startbanken, Nextriellen. Ihr seht es hier unten, Enzo Mio, Lovromeyer, Hofmann, Brandt und Co. All die Jungs sind Thema, unter anderem sprechen wir auch über die vermeintliche Top 11, zumindest wenn es nach Yannick Erkenbrecher geht. Von daher gerne Link abchecken, einmal rüberschauen, perfekt vorbereitet in den Spieltag gehen. Viel Spaß dabei!